Ja, liebe Leute, kaum das ein Jahr vergangen ist, anderthalb Jahre glaube ich sogar, habe ich endlich mal dieses Buch hier fertig gelesen. Und es hat nicht nur anderthalb Jahre gebraucht, bis ich den angefangen habe. Nein, es hat ein Jahr gebraucht, von Anfang bis Ende dieses Buches für mich zu lesen. Und was das jetzt über den Inhalt aussagt, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hallöchen zusammen, herzlich willkommen. Mein Name ist Tim und ich lade auf diesem Kanal hier Buchvorstellungen hoch. Und mittlerweile zum vierten Mal zur Reihe des Dunklen Turms. Zum dritten Mal tatsächlich, ich habe über den ersten keine einzelne Vorstellung gemacht. Aber jetzt sind wir beim vierten Teil angelangt, Glas. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt mit dem Satz vor dem Intro sehr viele Hardcore-Dunkle-Turm-Fans sehr neugierig gemacht habe. Ich bin noch ein bisschen unwissend, wie ich mit dieser Meinung allgemein unter den Stephen-King-Fans oder unter den Dunklen Turm-Fans dastehe. Aber ich fand dieses Buch stinklangweilig. Um das jetzt mal vorneweg gleich ganz radikal auszudrücken. Ich fand den ersten Teil, den habe ich tatsächlich vor mittlerweile dreieinhalb Jahren gelesen. Sommer 2019 war das. Und er hat mir gut gefallen, aber ich habe mich dabei auch ein bisschen dumm gefühlt, weil mir noch nicht so klar war, dass dieses Dunkle, in dem der Zuschauer tappt, dass das gewollt ist. Ich habe mich halt so blöd gefühlt, weil ich gedacht habe, ich check so vieles nicht. Und das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, direkt weiterzulesen, auch wenn ich das Buch an sich gut fand. Und irgendwann, ich glaube, Anfang 2021 habe ich dann den zweiten Teil endlich mal gelesen. Und heilige Scheiße hat der mich umgehauen. Es war ja wirklich ein Fest an Fantasy, Mystery, Western und Charaktere einführen. Also meine Fresse war das genial und ich habe dieses Buch quasi verschlungen in den zweiten Band. Im dritten Teil war es dann, ja, auch, fand ich auch sehr, sehr gut. War ein unglaublich gutes Buch, war dann nicht ganz so sehr ein Fest tatsächlich von der Spannung her wie der zweite Teil. Aber es war unglaublich interessant, so ein bisschen weiter in dieser Welt zu gehen, die Charaktere weiter kennenzulernen und so ein bisschen diese Verbindung inzwischen unserer Welt und der Welt von Roland zu sehen und so ganz leichte Hinsen mal wieder auf den dunklen Turm zu kriegen. War einfach super, super interessant, hat mich unterhalten. Ja, und dann kam tatsächlich Glass jetzt hier und Wahnsinn. Der Anfang, muss ich sagen, so ich glaube, das waren die ersten 100 Seiten ungefähr, die haben mich noch gepackt. Das war ja mehr oder weniger noch das Finale vom vorherigen Band mit Blaine und den Rätseln. Das war einfach spannend, genauso wie beim vorherigen. Und dann fing es halt an mit den Flashbacks, mit der ganzen Backstory von Roland, wie er als Jugendlicher sich in Susan Delgado verliebt und was da alles passiert ist. Und das war einfach so unglaublich zäh und das hat mich irgendwie nicht gepackt. Und ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht lesen. Ich musste mich so überwinden, das zu lesen. Und ich denke, was sagt man beim Lesen, das Lesen fließt, wenn es spannend ist. Aber wenn es halt gerade mal ein bisschen Durststrecke ist, dann ist es unglaublich anstrengend. Und ich habe es abgebrochen, beziehungsweise unterbrochen, habe ich mir gesagt, weil ich gedacht habe, ich kann das jetzt auch nicht so stehen lassen, dass ich jetzt den dunklen Turm hier abbreche. Weil ich will das ja zu Ende lesen, die ganze Reihe. Ich habe schon gesagt, irgendwann, ich lese das schon noch weiter, keine Sorge. Und habe tatsächlich ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr, glaube ich, echt nicht weitergelesen. Und jetzt vor kurzem habe ich beschlossen, Tim, so komm, jetzt reißt du dich nochmal zusammen, jetzt liest du das nochmal weiter und es ging wieder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich es halt einfach mal als Hörbuch. Weil ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, zum Lesen ist es halt dann schon sehr anstrengend. Aber so als Hörbuch nebenbei, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich gerade irgendwelche anderen Dinge mache, ist es bestimmt einfacher. Und war es tatsächlich, ich habe es relativ schnell jetzt, glaube ich, vielleicht innerhalb von ein paar Wochen fertig gehört. Und naja, es ist dadurch nicht unbedingt besser geworden. Es war halt einfacher, das Ganze zu ertragen, sage ich mal. Aber diese ganze Backstory hat mich halt nur so mäßig am Rande interessiert. Mir ist schon klar, wahrscheinlich kommen jetzt die ganzen Hardcore-Fans, die halt sagen, das ist alles unglaublich wichtig. Und ich sehe das schon auch irgendwo, gerade für die Charakterentwicklung und dafür Roland als Figur besser kennenzulernen. Aber es war mir halt einfach zu lang. Und das hat mich halt doch auch nicht genug gefesselt. Als wir dann am Ende waren, wo wir wieder in der Jetzt-Zeit sozusagen bei Roland, Eddie, Susanna, Jake und Oi, dem Billy-Bumbler waren, da hat es mich irgendwie wieder mehr interessiert. Ich weiß auch nicht so ganz genau, woran das lag. Vielleicht, weil man jetzt wieder mehr zielgerichtet auf den dunklen Turm ist und es einfach wieder weitergeht. Vielleicht mag ich einfach diese Figuren mehr. Eddie, Susanna und Jake sind irgendwie für mich greifbarer, sympathischer als diese ganzen Figuren aus dem Flashback jetzt sozusagen. Das waren jetzt alles so ein bisschen meine Empfindungen. Wenn ich jetzt, also ich kann zu dem Ding auch keine ernsthafte Kritik abgeben. Also was soll ich da machen? Ich weiß, dass das ein unglaublich gutes Buch ist. Also das kann man einfach mal so stehen lassen. Viele, viele Leute finden das unglaublich gut. Und wenn ich das hier so lese, dann ist es auch einfach vom Character Writing und von dieser unglaublichen Fantasie und dem Worldbuilding ist das einfach Stephen King at its best. Ich kann da nichts Negatives zu sagen, weil es ist unfassbar gut geschrieben. Aber mich haben diese Flashbacks halt im Gesamten nicht so sehr gepackt. Und naja, was ich jetzt da raus für ein Fazit für mich ziehe, ist, ich weiß ja von den Bänden davor, dass mich generell die Reise zum Dunklen Turm unfassbar packt und interessiert. Und niemals würde ich jetzt sagen, ich lese das nicht weiter, den Dunklen Turm. Vielleicht packt er mich nicht auf die gleiche Weise wie andere Leute. Ich weiß nicht, was mein Problem ganz oft beim Lesen ist, dass ich so schnell abschweife, wenn es gerade nicht allzu spannend ist. Es packt mich, glaube ich, auf eine andere Weise als andere Leute. Und es ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig meins, wie von diesen ganzen Dunklen Turm-Fans, die sagen, das ist das Zentrum vom ganzen Stephen King-Universum. Klar finde ich das spannend, diese ganzen Verlinkungen, die es da gibt mit auch der Schildkröte, die vorkam und all die ganzen anderen Hins auf andere Bücher von King, das ist alles interessant. Aber ich sehe noch nicht so ganz dieses, warum es so unfassbar wichtig und unfassbar genial ist. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist eine gute Reihe und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Dunklen Turm. Und natürlich werde ich es weiterlesen. Vielleicht wird auch ab dem nächsten Band, ab Band 5 wieder alles viel, viel besser und ich bin wieder so richtig im Bann von dieser Geschichte, weiß ich nicht. Ich bin einfach mal gespannt.